Wir alle wissen, wie wichtig es ist, die Haut vor starker Sonneneinstrahlung zu schützen, um Hautschäden durch UV-Strahlen zu verhindern. Welche Arten von Lichtschutzfiltern es gibt und wie diese wirken, das erkläre ich Ihnen jetzt. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen mineralischen und chemischem Sonnenschutz. Mineralische Filter enthalten, wie der Name schon sagt, mineralische und pflanzliche Inhaltsstoffe und wirken mit Hilfe von natürlichen weißen Deckpigmenten, wie zum Beispiel Zink oder Titanoxid. Diese legen sich nach dem Auftragen als dünne Schicht auf die Haut und reflektieren das UV-Licht wie ein Spiegel. Der große Vorteil eines mineralischen Sonnenschutzes ist es, dass dieser nach dem Auftragen sofort schützt und gut verträglich ist. Aus diesem Grund empfehlen wir diese Produkte gerne für Kleinkinder und Kinder. Wichtig ist, dass der mineralische Sonnenschutz ausreichend dosiert und sorgfältig aufgetragen wird. Auch sollte darauf geachtet werden, dass das Produkt keine gesundheitsschädlichen Nanopartikel enthält. Der chemische Sonnenschutz wirkt auf eine ganz andere Weise. Nach dem Auftragen trinkt die Sonnencreme in die oberste Hautschicht ein, absorbiert die Sonneneinstrahlung und gibt diese in Form von Wärme ab. Wichtig zu wissen, der chemische Sonnenschutz entfaltet seine Schutzwirkung erst rund 30 Minuten nach dem Auftragen. Derher sollte an ein rechtzeitiges Eingremen gedacht werden. Der chemische Sonnenschutz hat den großen Vorteil, dass mit ihm ein höherer Lichtschutzfaktor erreicht wird, als mit einem mineralischen Filter. Außerdem lassen sich die Produkte meist einfacher auftragen und ziehen besser ein. Wichtig ist es, bei der Auswahl des geeigneten Sonnenschutzes auf den richtigen Lichtschutzfaktor zu achten. Um diesen zu bestimmen, teilt man einfach die Zeit, die man in der Sonne verbringen möchte, durch die Eigenschutzzeit der Haut. Die Eigenschutzzeit der Haut ist vom individuellen Hauttyp abhängig. Für den Urlaub ist auch der UV-Index hilfreich, mit dem die Intensität der Sonneneinstrahlung gut abgeschätzt werden kann. Denken Sie daran, den UV-Schutz durch regelmäßiges Nachcremen aufrechtzuerhalten, denn durch Reibung, Wasser oder Schwitzen kann die Sonnencreme abgetragen werden. Zu allen Haut- und Sonnenschutzfragen beraten wir Sie gerne in Ihrer Apotheke vor Ort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017